Jo Moin Le Flüte und Ahoi liebe Land Rentner und Rädchen und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Stellaris. Wir beseitigen hier oben mal ein bisschen Alien Aktivitäten, damit unsere Forschungsschiffe hier auch sicher durchkommen, genauso wie unsere Kolonieschiffe. Kolonisieren mit unserem Schiff, was hier schon auf dem Weg ist, dann hier oben das Nijil-System und wir müssen irgendwie noch unser anderes Forschungsschiff hier hinten irgendwie aus den Fang mal rausklauen. Ich würde sagen, es fliegt jetzt erst mal hier hin, ja und von da aus, ich meine, hier ist ja auch eine andere Flotte. Was bist du denn? Forschungsschiff, sind zwei Forschungsschiffe von unabhängig und den Suntomori. Also nicht von unabhängig, sie sind unabhängig, die Ugarlack. Wo seid ihr denn? Ugarlack, Ugarlacker, Ugarlacker, hier, die blauen. Ja, also wir müssen dringendst hier weg, Freunde. Weil dann sichern wir uns lieber diesen Bereich, sichern wir uns lieber hier unten den Bereich, dann sind wir tausendmal besser dran, als wenn wir uns irgendwo zwischen diesen ganzen Kram durchquetschen, wie sonst was. So, Physikforschung, was haben wir denn? Datenbank-Ablings, Mechanik, Forschung unterstützen. Ja, okay, dauert 21 Monate, 21 Monate und 46 Monate. Schildschwingungen. Die Grundmechanik von Schildsystem, Schiffsschilden ist komplex, kann aber auf vielerlei Arten angepasst und verbessert werden. Erhöht die Trefferpunkte von unseren Schutzstellen und 5% dauert, aber echt ewig. So, was haben wir hier? Ganz schwache Disruptoren. Ich nehme jetzt mal das hier oben, weil ich möchte nicht, dass das weggeht. Der Disruptor, der bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Wahrscheinlich gibt es dann auch weiter stufige Disruptoren, die dann stärker sind, aber unsere Forschungsschiffe haben hier bald nicht mehr wirklich richtig viel zu tun. Denn wir haben das naheliegendste alles erkundet. Und alles, was noch unerkundet ist, da sind entweder Feinde drin oder es ist gar nicht im Einflussbereich, dass wir da irgendwie hin können. Und wenn wir dann unsere Forschungsschiffe quasi in die Orbit stellen können, damit sie das unterstützen können, kann es ihnen nicht schaden. Also Datenbank-Ablings, höchst leistungsfähige Quantenfrequenzbänder für Datenbanktransfers ermöglichen, die praktisch vollständige synchrone Durchführung von Forschungsoperationen über große Entfernungen. Forschung unterstützen ermöglicht unserem Forschungsschiff die Forschungsbemühungen einer Kolonie zu unterstützen. Der folgende Modifikator multipliziert mit der Fähigkeitsstufe des Wissenschaftlers an Bord. Ja, die Forschungsleistung des Planeten, also plus 5 in allen Bereichen. Das nehmen wir mal mit, wenn wir in nicht allzu ferner Zukunft definitiv brauchen. So, Militärstation, Baukosten und Trefferpunkte minus 15 Prozent, 23 Monate. Okay. 28 Monate für die Quantenraketen. Ich glaube, die Raketen bringen wir uns nicht mehr weiter, oder? Modul Kreuzermontagebereich. Ja, wir wollen ja auch 28. Das hier ist noch das schnellste von allen. Das ist das Ironische. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Kreuzer, weil wir wollen ja einen Militärraumhafen im Sirius. Mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich bin jede Folge am Namen korrigieren hier gerade. Im Sirius-System. Ja, das merken wir uns, das Sirius-System. Da muss halt einfach noch viel passieren. So, hier. Update. Das ist eigentlich kein Play. Update. 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 Haben sie ja. Wir machen mittlerweile plus 104, ähm, hier Mineralien. Das ist nicht schlecht. Wir haben hier richtig viel erkunden mit unserem Kolonieschiff. Das ist das Ironische irgendwie. Ach, jo, ihr seid doch eh. Ach, jo, mach die mal. Danke. So. Forschungsstationbau abgeschlossen. Wischenschachtler Nikola Tesla hat Stufe 4 erreicht. Sehr schön. Da oben kriegen wir sogar noch Notfallverstärkung. Wieso können die sich so schnell bewegen nach dem Sprung? Wir müssen jedes Mal Stunden und Stunden warten. noch irgendwo was hier da oben. So, dieses Forschungsschiff hat hier seine Aufgaben. Dieses Forschungsschiff im Orbit von Arcana. Untätig. Okay, so. Du erforscht dann jetzt hier, anschließend hier und lass sie dann hier oben drüber weiterarbeiten. Na ja, so. Muss reichen. Zack. Du bist Kolonieschiff. Sehr schön. Springt in wenigen Tagen, Sekunden. Und wenn du hier überall alles erkundet und Co. KG hast, dann darfst du auch mal hier hinten wieder hin und hier war doch gerade die Schlacht, oder? Hier war doch gerade die Schlacht, oder? Hier war doch gerade die Schlacht, oder? Hier sind die Ressourcen, die Trümmer zum Einsammeln. So merkwürdig. Muss eigentlich hier hinten sein, in diesem System, wo es unsichtbar ist. Oder es gab gar keine. Kann ja auch sein. So, das System ist erkundet. Wir sind auf Feindkontakt gestoßen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen mies, dass wir jetzt hier alle Aliens ausrotten quasi schon, aber wir müssen es halt irgendwie tun. So, was können wir auf unserem Planeten dann noch tun? Hier, na komm, machen wir das mal weg, solange wir können. Dann fühlen sie sich auch alle wieder wohl. Vitelic, ähm, ja, kann man hier eine Produktion errichten. Und den Kram hinten mal wegräumen. Sirius, du errichtest ja gerade unseren Raumhafen. Das ist schon überall, okay, hier kann auch ein Forschungslabor hin. Sehr schön, so. Wo zeigst du mir den Trümmer an? Havarie, ne, da fliege ich jetzt nicht nochmal ganz zurück. Äh, Alamok, da sind wir gleich. Und dann noch im Cardoth. Oh, okay. Jetzt sind wir das zweite Forschungsschiff auf dem Weg hin. Erkunden. Ja. Dann stoppt du nochmal ganz kurz. Ich teile es mir neu ein. Erkunden. Erkunden. Trümmer erforschen. Und jetzt das hier dritte Erkunden. Ja, und dann am Ende darf ich dir neue Befehle zu teilen. So. Der Erkunde ist nur noch hier. Das andere Erkunde dort drüben. Ist hier hinten noch was? Nee. Die BIA. Danach würde ich dann sagen, machst du einfach hier oben weiter. Schauen wir uns mal hier oben. Ist natürlich weit weg. Aber wahrscheinlich, aber vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas mit. So. Zumindest wissen wir, was es dann hier oben alles gibt. Wenn es denn mal irgendwann so weit ist. Incoming transmission. Ui. Trümmer analysiert. Ähm... Bau abgeschlossen. Sehr schön. Was wir jetzt mal machen werden, ist folgendes. Wo sind unsere Militärflotte da? Die schicken wir mal hier rüber. Und jetzt gucken wir mal, kommst du irgendwie... Na. Na, bleib doch zu... Das war nur ein Test. Obwohl, vielleicht springt der ja im Notfallalarm. Ja, jetzt nicht springen. Du musst nicht springen. Bleib da stehen. Sechs Tage, fünf Tage, vier Tage, drei Tage, zwei Tage, ein Tag. Ja. Cool. Endlich. Hätte ich es mal früher gewusst. Ähm... Handelsangebot. Was habt ihr denn? Sternkarten. Nimm wir an. Hier oben kann das eh uns keiner mehr wirklich irgendwas tun. Von daher, alle Suche. Und unsere Flotte kann eigentlich... Die braucht da oben gar nicht dann mehr hin. Die kann... Die kann immer hier aufräumen. Ja, genau. Ne, die kann sich... Die kann sich mal updaten. So, du bist ein Kolonieschiff. Können wir die hier unten noch irgendwo einsetzen? Wir könnten hier... Dann verärgern wir ihn hier aber wieder. Ähm... Wir könnten hier... Was? Asteroid gesichtet! Unsere Weltraum-Scanmatrix auf Indata-Mock hat eine alarmierende Entdeckung. Ein großer Asteroid befindet sich auf direkten Kollisionskurs mit Mond. Ein Einschlag auf der Oberfläche hätte verheerende Folgen. Der Asteroid muss zerstört werden, wovor es zu spät ist. Ein böses Ohm beginnt mit der Ereigniskette Asteroid gesichtet. Situation Log Updated. Okay, so. Rivalität, von der wir nicht betroffen sind. Rivalität, von der wir nicht betroffen sind. Eine Feindflotte... Okay. Habe ich eine gewisse Zeit nur Asteroid gesichtet? Ein großer Asteroid befindet sich auf direkten Kollisionswurst mit Indata-Mock. Oh je, was? Nein, das ist ja unsere neue Kolonie hier unten. Die darf auch gar keinen Fall zerstört werden. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, Flotte. Sorry, aber dein Update kriegst du später. Du kümmerst dich jetzt hier unten rum. Hallo, hörst du auf meinen Befehl, Flotte? Ach, die bewegen sich wieder zwischen zwei Systemen. Dann können sie ja gerade keine Befehle annehmen. So, jetzt kannst du Befehle annehmen. Ja, wunderbar. So, zack. Nähert der sich? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Freunde. Ich wünsche dir werden schnellere Antriebe. Wir sind so weit weg. Ja, mein Gott sagt, das ist ja nicht allzu schnell. Aber es ist ja auch nicht allzu weit entfernt. Oh Mann. So. Du bist hier unterwegs, du bist hier unterwegs. Sehr schön. Wir könnten hier kolonisieren. Dann hätten wir sozusagen eine Zwischenlinie zwischen hier und da unten. Aber wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Kontinentale Welt, okay. Was gibt es hier oben noch? Unerkundet. Gaia-Welt. Ich glaube, Gaia-Welt ist auch interessant. So. Ja, wunderbar. Die epigenetischen Auslöser sind fertig. Neue Forschung also für Nikola Tesla. Amöben-Brutprogramm. Neue Komponente Amöben-Geißeln. Äh, Amöben-Träger-Geschwader, okay. Koloniale Zentralisierung. Monatlicher Einfluss plus eins. Produktionsziele als Erlass. Umplanetare Hauptstadt. Ja. 28, 10. Das ist echt sehr kurz. Und auch 10. Definitiv das da. Das sieht richtig gut aus. Ja, wunderbar. Dann, wir haben ein Ziel für unser Kononieschiff gefunden. Du darfst mal, wo ist denn der beherrnbare Planet? Hier. Kalem, 3A. Zack. Kolonisieren. Oh, das ist ein richtig großer Planet, wa? Na, dann bin ich das da. So, was macht's hier unten? Wow, was geht denn da oben gerade ab? Bündniseinladung. Juskan-Trata-Allianz-Rechtschaffen-Pakt bei. Okay. Juskan-Council. Dem galaktischen... Okay, warte mal. Seh ich dich hier irgendwo? Apropos, es hat mir jemand geschrieben, ob ich das Ding hier umnennen kann. Ich würde sagen, wir nennen es auch mal um. Und zwar nennen wir es in die V für Valdari, nee, I für Imutaran und S für Sintumori, das V-I-S-Bündnis. Oder Allianz? Nennen wir Bündnis, das V-I-S-Bündnis. Zack. Dann können wir es nämlich besser erkennen, wenn es uns betrifft. So, also, trat dem bei. Und die Kantari-Planeten traten der Rechtschaffen-Achse bei. Okay, okay, oh, gut. Ganz viele Rechtschaffende hier. Und, warte, bewegt sich nicht weiter. Der ist aber schon sehr schnell. Wahrscheinlich, je näher er der Anziehungskraft kommt, desto schneller wird er. Okay, wir sind aber schon hier unten auf Vorion. Oh Mann, Freunde. So, bist du hier eigentlich am Kolonisieren, liebes Kolonieschiff? Nee, du hast nämlich gar keinen Kolonisierungsbefehl. So, zack, hier, Planeten kolonisieren. Das ist mal ein schöner Planet hier. Freie Flächen, zack, da darfst du hin. Zwei weitere Welten, hier und hier. So muss sein. So. Wird langsam eng. Handelsankommen, Dauer abgelaufen mit den Immutaran-Staaten. Wird jetzt noch schön, wenn man wüsste, welches Handelsabkommen eigentlich immer abläuft. Da wollten wir auch noch mal ein paar etablieren. Handelsabkommen, was nehmt ihr denn so? Macht ihr ein Forschungsabkommen mit? Auch nicht für ihre Integration. Hm, okay. Energiecredits haben wir gerade noch nicht, aber sofort Transfer von. So. Dann migrainen sie zumindest mal bei uns wieder ein, wenn sie denn wollen. Deshalb machen wir mal mit den Zorf. Handelsabkommen, Migration, also das lieben die sogar. Das macht ihr nicht mit, ne? Nein, der hätte mich jetzt auch gewundert. So, ja, hier geht's sogar gegenseitig. Wunderbar. Dann machen wir das hier doch gleich auf 30 Jahre hoch. Macht ihr noch irgendwas mit? Ich gebe mir sogar zu strategischen Ressourcen. Freunde, was kommt durch? Mineralien, monatlicher Transfer. Nope. Energiecredits? Auch nicht. Äh. Okay. Ich muss gleich mal dringend was nachgucken. Ich glaube, wir sind gleich in einer Föderation. Föderation, Freunde. Sehr schön. Aber wir sind nicht der Föderationsführer, aber wir können dazu gewählt werden. Ähm. Ja, lassen wir es so. Migration zu Migration. Warum nicht? Hier, Handelsabkommen. Zack. Migration zu Migration. Machst du nicht direkt mit. Zack. Dann sofortiger Transfer von. Oh, du bist aber sehr teuer hier, Freundchen. 350. Ja, locker. Jawohl. Das gibt dir natürlich richtig einen Boost, was... Naja, nee. Nee, nee, nee. Das ist mit... Nee. Ich will die ja gar nicht größer wissen. Das ist das Problem, was ich habe. Ich will die gar nicht größer wissen. Ähm. Im Prinzip müssten wir uns wirklich hier um die Welt... Oh. Hm. Um die Welten hier so ein bisschen bemühen, dass der hier nicht wirklich allzu viel größer wird. Der wird irgendwie gefühlt ja auch immer kleiner hier durch seinen Zorfianer. So. Ähm. 19 Minuten. Okay. Wir müssen uns jetzt mal gucken. Handelsabkommen. Die stimmen zu. Das ist schon mal gut. Dann... Bauvorhaben hier unten ist abgeschlossen. Okay. Ja, sehr schön. Föderationsgründungsvorschlag. Das Goldkompakt stimmte ab, eine Föderation zu bilden. Ach, das Goldkompakt. Das betrifft gar nicht uns. Ih. Moment. Du bist unabhängig. Du bist Mitglied von Goldübereinstimmung. hat Botschaften in ganz vielen wunderschönen Welten, Rivalen in ganz vielen wunderbaren Welten, Oberherr, Bündnis, unterbewusster Konsens. Also, sie sind xenophil, also uns gesehen wieder freundlich. Sie sind pazifistisch, das heißt nicht kriegerisch. Sie sind materielles. Eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Können wir uns irgendwie einsehen, ob hier eine Föderation gebildet wurde? Warte mal, das müsste dann hier gehen. Machen wir mal alle anderen raus. Auch die gefallenen Reiche. Reich. Achso, Bündnis. Goldkompakt. Gürt zum Pakt dazu. Also, die haben hier oben gar nichts zu tun mit denen. Wie heißen die Goldübereinstimmung? Das ist etwas unterschiedlich. Also, zum Pakt gehört dazu. Das ist ja hier unten der. Dann Politi of Opa und Schieß mich tot. Das sind die Federhainis hier. Und hier drüben. Dann die Party Associated. Die hier. Oh Gott. Und wer noch? Just Khan. Und welches? Council. Ah, okay. Okay, aber das Just Khan Consortium nicht. Du bist auch hoffentlich unabhängig. Du gehörst niemanden. Du bist auch hoffentlich unabhängig. Du musst niemanden unterlegen. Hat ein Handelsabkommen? Ja, klar. Ist okay. Ist aber kein Vassal. Okay, gut. Gut, gut, gut. Das ist gut. Aber sonst wäre das nämlich unser direkter Nachbar hier. Das wäre nicht so schön. Ich werde noch einmal größer, wie das Gefühl. Naja, okay. Hier wäre noch Geld und, ja, hinten nur Wissenschaft. Ja, also wenn wir die drei noch dazunehmen könnten. Ich weiß nicht, ich denke einfach viel zu schnell, viel zu weit wahrscheinlich auch einfach. Aber wir hätten zumindest einen Fuß irgendwie hier unten drinnen. Und dann, ja, werden wir überall gut vertreten in allen Himmelsrichtungen. Das Goldkompakt stimmte ab. Okay, das heißt, die da unten sind jetzt eine Föderation. Ah je, Freunde. Ah je. Was denkt ihr eigentlich mittlerweile von uns? Plus 29, da immerhin. Wenn wir jetzt nur noch diesen lächerlichen Krieg mal loswerden hier, ne? Eure Bedingungen klingen vernünftig. Sie machen einen Migrationszugang mit uns. Über 30 Jahre. Gegenseitig wohl bemerkt. So. Hier läuft die Kolonisierung schon an. Da ist eine Rivale wieder verkündet worden. Ja, okay, kann ich mit leben. Bei Daria Allianz. Okay, oh, jetzt müssen wir mal dringend hier gucken. Was ist denn mit dem? Boah. Könnt ihr euch schon bewegen? Einen Tag noch? Gebt Gas, Freunde. Gebt Gas. Ich glaube, wir sollten schon mal einen großen Alarm aussuchen. Bus! Wie nah ist denn der schon? Ähm. System Survey complete. Das sieht von oben weiter weg aus, finde ich. Noch so. Freunde, gebt Gas. Gebt Gas. Gebt Gas. Full Speed. Ich habe das Gefühl, wenn wir direkt darüber stehen, kracht, das ging nach unten weg. System Survey complete. Gebt Gas! Oh, sehr schön sein. Ja, ja, ja. Nein! Oh Gott. Asteroid schlägt auf Indata Mock ein. Wir haben es nicht geschafft, den Asteroiden im Anflug auf Indata Mock rechtzeitig aufzuhalten. Es ist auf der Oberfläche des Mondes kollabiert. Was zu weitreichenden Zerstörungen und unsagbarem Leid geführt hat. Millionen! Oh Gott. Heute ist ein schwarzer Tag. Dabei haben wir die Flotte auf direkten Kurs hier runtergejagt. Sie waren eigentlich nur ein, zwei Tage zu spät. traue ich mich an zu anzugucken wir tun uns das jetzt an so wir haben kein geld freunde jetzt wird zeit dass die 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 kolonien mal fertig werden hier die ressourcen die wir uns ja eigentlich schnappen wollten die ist langsam in gefahr hier aber so wird es aber nicht freunde richtig viel dagegen tun kann wahrscheinlich auch nicht das heißt wir können sie nicht und diese diese ganzen gelben dinge auch noch mit naja okay geil ja freunde aber es ist es ist ja es ist passiert ein asteroid ist auf unseren planeten abgestürzt wir können es jetzt nicht mehr ändern was wir aber ändern können ist die folge denn die ist mir jetzt zu ende ich gebe ab in die nächste folge bis sage hummel most most besten dank fürs einschalten wie gesagt schreibt kommentare wir haben jetzt noch also jetzt aktuell ich weiß nicht was die kommentare seit folge 24 gemacht haben mehrere planeten und kolonie zum umbenennen wir haben immer noch sehr viele andere sachen schreibt in die kommentare schreibt es auch wie es euch gefällt was könnte ich besser machen ich nehme alles an ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss und hummel hummel most most bis dahin tschüss